Ladies and Gentlemen, willkommen zu einer weiteren Runde Final Fantasy X HD Remastered. In der letzten Folge haben wir auf offener See einen Fight gehabt gegen Sin und haben ihn vernichtend besiegt. Aber ich glaube, das ist noch nicht alles gewesen von Sin. Da fehlt auch einer. Oh nein. Anscheinend wurden wir aufs Meer hinausgezogen. Oh oh. Ja, wir sind im Meer gelandet. Verdammt. Oh Gott sei Dank. Topfucker. Super. Sehr schön. Dann wurden wir von ihm gerettet. Gott sei Dank, aber es glaub das war noch nicht alles. Delfine. Oh oh. Was ist das für ein Vieh? Ich würde sagen, das Gebet und Bethsaid hat dann sonnendlich allzu viel gebracht. Alles klar. Hier anfeuern. Auf jeden Fall anfeuern. Kann man ruhig ein paar Mal machen. Gegen die Sin-Schuppe Ikkyu kann man die verblinden? Anscheinend nicht. Doch, der ist blind. Sehr schön. Machen wir noch einmal. Ich hatte gar nicht mal Kopfwerk gehabt, dass man die blinden kann. Na, dann einmal die Schuppenreste beiseite. Und... Uh, sehr schön. Hier wäre es jetzt natürlich doch, wenn man hier nochmal ein Vernichtung raushauen könnte, aber ich glaub das gibt keinen. Ich könnte ganz erst einmal um die Schuppe an sich. Schraube? Oh oh. Oh, der ist nicht verblind. Oh, die Schuppe habe ich komplett übersehen. Ja okay, der kommt schon wieder zu einer, ja. Der hält sich. Dann greifen wir da mal an. Verdammt, ich habe vergessen den Blindteam einzusetzen. Du machst jetzt noch mal ein paar Schuppen weg. Zumindest eine. Und du setzt den Blindteam auf die Schuppe Ikkyu ein. Sehr schön. Oh, jetzt müssen wir heilen, jetzt müssen wir heilen. Eine Potion auf dich. Da reichen eine normale Potion. Und eine auf dich bitte. Sehr schön. Raus aus dem selben Bereich. Oh, vernichten! Perfekt! Perfekt! Oh, das gibt dick AP. Wir können gleich leveln. Schüsstet ihr verreckende Hölle! Was war das? Was war das? Was war das für ein Zeug, was herausgekommen ist? Oh, sehr schön. Und alle haben AP bekommen. Juna hat sogar 2 Level. Ach, verdammt. Teelos und Lulet für... Oh, Blauschützer und Harpune. Und 5 Wunder und 4 Ability Serien. Richtig nice. Das war ein super Kampf. Oh, oh. Oh, oh. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Wow. Nur ein Platzball bleibt über. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Okay. Wir sind voll angekommen in Portakilica. Aber wenn sofort schon wieder... Die eine traurige Stimmung verpasst... Die Macht von Sin ist echt unglaublich. Was ist eine Besegnung? Das ist voll besser. Ich speicher mal hier gerade. Nee, Moment. Hier wollte ich speichern. Dann haben wir immer den Speicherplatz beim Strand. Schatz, du lebst also doch. Oh. Außer Traum. Die Tour hat geschlossen. Wir gehen jetzt wohl besser. Erstmal schauen, was hier abgeht. Und hier kommt meiner Meinung nach eine der epischsten Cutscenes ever. Hier halte ich echt die Klappe. Genießt sie einfach. Also wirklich. Das ist einfach nur noch Wahnsinn. Die Angst. Die Angst, die Leben zu leben. Die Angst, die Zeit zu leben. Die Angst, dass sie noch lebenswirt sind. Die Angst, die Leben zu leben. Und im Moment, die Angst die Angst rieche. Die Angst, die Angst riebt die Angst, sogar die Hade. Wird diese Säte bleiben in Spira, werden sie fienden, die auf den Leben betrachten. Sad, nicht wahr? Das Sending bringt sie zu dem Farplane, wo sie in der Frieden bleiben können. Summoner machen das? Entschuldigung, da hatte ich gerade ein kleines Problem. Okay, dann schauen wir uns mal die Besignung an. So viele Tote. 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 Einfach nur Wahnsinn. Die Toten werden besenftet. Eine Spur der Trauer hinterlässt ihn. All we can do is protect her along the way until the end. Until the end? What's the end? Oh oh. Until she defeats sin. Irgendwas stimmt doch da nicht. Oh. I hope... I hope I did okay. You did very well. They've reached the far plane by now, but no tears next time. I wish there would never be a next time. No more people being killed by sin. No more Sendings for Yuna. Everyone stood there watching her. It was strange and somehow horrifying. I never wanted to see it again. Yeah. Es war schon echt eine grauenvolle Aktion. Okay. Speichern wir einmal. Und dann einmal wird ganz schnell hier aufleveln. Na. Deine Schicht. Und wir erlernen uns. Tschüss. Werden wir aber glaube ich nicht wirklich benutzen. Ein Level für Lulu und wir kriegen eine mehr Zauberpfeer. Ups. Ähm. Okay. Merkwürdig. Ein Wundersheoret. Und Yuna können wir dann schon hier hinreisen. Und können dann auch schon. Also sie ist jetzt Ex-Foi. Ja Ex-Foi lernen. Super. Äh. Kimari. Moment. Hier ist Analyse. Ja. Der geht nach oben. Oder warte mal. Ne ist richtig. Der geht da lang. Bei Kimari ist das auch schon. Ich denke es ist eigentlich sogar scheißegal wo er denn da geht. Kimari ist schon allrounder. Aber. Das hier ist nochmal sein Weg. Mhm. Ja. Ich glaube den Weg hat ein bisschen verkackt. Das ist aber wie gesagt kein Thema. Wir haben aber noch neue Ausrüstung bekommen. Äh. Hier haben wir noch das Windpappen. Hier ist auch nichts mehr. Nein. Blauschützer. Nässe. 50% brauchen wir nicht. Nein. Oh die Harpune. Ah die ist aber schlechter. Die hat nur durchschlag. Und hier haben wir die durchschauende Durchschlag. Gut. Also nur zur Info. Ich werde Kimari wahrscheinlich diese Wurtishoft benutzen. Hey. You awake? Captain Walker is waiting for you. Ja wir hatten einen harten Tag gestern. Dann gehen wir doch mal hier schauen. Kann man hier schon rein? Ja und hier gibt es. Oh. Ich hab den Lanz vor wieder aufgemacht aber ohne wann läuft einfach nix. Hier gibt es das Albet Exikon Band 4. Und da fahren wir jetzt das T. D. Und wir sind ein Albet Evyakan. Gehen wir zur Waka. Ja. Ja. Wir sind Arroch. Hau. Gehen wir zu dem Tempel. Wo wir beten für die Krieg. Gehen wir! High Summoner Ohalem ist hier gewesen in der Kilika. Ja, Lord Ohalem war damals eine große Blitzer. Waka. Hm? Beten für die Krieg ist alles gut. Aber ist das richtig? Okay. Also, damit ich das richtig verstehe, Blitzpeil ist einfach dafür da, damit die Leute etwas Abwechslung haben, sich nicht andermann um... Hä? Was ist hier los? Oh oh. Das ist so schnell. Das war knapp. Ich weiß nicht was dafür was es kam, aber ich mein schon... Ich weiß aber nicht genau was. Und wir sind im Wald von Kelika. Was ist hier? Juna sagt, sie möchte dich mit uns. Hä? Ich möchte... Ich möchte dich fragen, dass ich mein Garten sein. Du weißt, was? Es ist kein Zeitpunkt für Schöne, ja? Er ist vielleicht ein Blitzball-Wiz-Kid, aber gegen Fienden. Er ist ein Neubi. Hey. Nicht ein Garten, dann. Ich will ihn nur nebenher. Hä? Äh, was gefällt ihm nicht? Was? Was meinst du? Es ist nur, dass... Wir gehen nach dem Tempel, alles zu Ende. Kannst du es warten? Ich bin entspricht. Ich bin entspricht, ich sollte nicht... Es gibt nichts entspricht. Ich bin gerade nicht sicher, was passiert. Mein Entschuldigung. Oh, wo ist das? Kimaru? Zeug dir etwas? Anscheinend nicht. Ok, dann reißen wir jetzt mal los. Kernschrub? Wie cool? Ja, dann probieren wir das mal. Drangonik! Oh, und wir haben Kernschrub mehr, ja? Einmal verteidigen. Ich will die Menschen wirklich alle, die wir dabei haben. Und selbst wenn sie nur abwehren. Also wollte ich einfach noch einmal alles klar drin haben. Ja, das wird schon nicht drauf gehen. So, super. Ja, mach nur den Kernspucken. Ich wollte jetzt eigentlich hier mal die Werte des Schwarzmangeren und so, ne? Und dann einmal Feuer und das Spuckkraut ist weg. Super, so geht das. Und da kommen schon die nächsten Level. Was haben wir da drüben? Was? Okay, alles klar. Dann suchen wir jetzt einen neuen Weg. Und zwar in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüssüss. Tschüss.